Einen Ablass für zwei Kreuzer, für alle möglichen und alle erdenklichen Sünden von euch selbst und euren Vorfahren. Büttel, Büttel, was macht die Nonne hier? Wohinab sieht das denn hier aus? Wir beten gleich einen Rosentranz. Einen Rosentranz beten sie. Die Thesen von Martin Luther, die überall hier herumkreisen, ich habe auch schon davon gehört, da wird sich die Welt verändern. Wer von euch hat denn schon mal eine Sünde getan? Was meinst du, ist deine Sünde gewesen, die du getan hast? Was ist das? Jemanden beleidigen. Jemanden zu beleidigen, das ist eine Sünde. Wer hat vielleicht noch eine Idee, was eine Sünde ist, ja? Jemand, also Lügen. Lügen. Und wen beleidigt man eigentlich, wenn man eine Sünde tut? Was meint ihr? Gott. Gott, sagst du. Oder habt ihr da draußen diesen Dominikanermönch, den Tetzel beleidigt? Warum will der, dass ihr Geld zahlt? Warum sollt ihr Geld zahlen? Und Gott in ihm, es fehlt noch ein Stück. Und Gott? Und die Männer? Wer bleibt in Gott? Gott. Das ist egal. Bei einem Roger Aush kolme Ancelio, das ist das erste rất gut. Danke. 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 Vielen Dank.